Hallo, herzlich willkommen bei der Miet 2022. Ich darf auch ganz herzlich Dr. Christian Fink begrüßen, der heute zum Thema Beschaffung und Vergaberecht spricht, nachhaltige Beschaffung und ich freue mich, dass Sie hier sind und wünsche Ihnen viel Vergnügen. Danke sehr für die netten Worte. Eine Dreiviertelstunde machen wir jetzt ein bisschen was Artfremdes. Ich habe mir das Programm angeschaut, muss dazu sagen, Sie haben jetzt sicher den trockensten Teil erwischt, aber dafür machen wir es nur eine Dreiviertelstunde und wir werden das gemeinsam hinbekommen. Ich habe das schöne Thema vorgegeben bekommen, nachhaltige Beschaffung für Bühne und Veranstaltung. Jetzt habe ich den Vorvortrag gehört, also zur Nachhaltigkeit haben Sie schon extrem viel gehört. Jetzt werden wir uns gemeinsam anschauen, wie man das vielleicht verpacken könnte in einen Vergabeprozess. Vielleicht für einige unter Ihnen, die möglicherweise weniger zu tun haben mit Vergaberecht, das sind dann die möglichen unter Ihnen. Zum Einordnen ungefähr, was ist Vergaberecht, wer unterliegt dem Ganzen. Also grundsätzlich alle, die dem öffentlichen Bereich zuordnbar sind, haben sich dann um das Vergaberecht zu kümmern. Das Ganze ist keine österreichische Erfindung, sondern hat eine europäische Dimension. Das sind die ersten beiden horizontalen Zeilen hier. Es gibt eigene Richtlinien auf europäischer Ebene. Richtlinien für die Feinspitze unter Ihnen, das ist gewissermaßen ein europäisches Gesetz. Das muss in jedem EU-Mitgliedsland eigenständig umgesetzt werden. Und das hat jetzt zur Folge, dass das Vergaberecht in allen 27 EU-Mitgliedsländern ungefähr gleich sein müsste. Es ist halt jeweils unterschiedlich umgesetzt. Während es in Deutschland beispielsweise ein eigenes Gesetz gibt, dann gibt es die ganzen Vergabeordnungen darauf basierend, haben wir in Österreich ein zentrales Gesetz und das ist die dritte Zeile, das Bundesvergabegesetz 2018. Dort ist geregelt, egal ob ich jetzt ein Landesauftraggeber bin, der dem Vergaberecht unterliegt, ob ich ein Bundesauftraggeber bin, ob ich irgendeine Gemeinde zuordnbar bin, das Vergaberecht, der Vergabeprozess hat in allen Bereichen in Österreich in gleicher Weise, wenn es um einen öffentlichen Auftraggeber sich handelt, abgewickelt zu werden. Wenn es aber dann um die Vergabekontrolle geht, das ist das vorletzte von unten grün gehalten, dann ist es folgendermaßen der Vergaberechtsschutz, also wenn sich jemand beschwert, dass etwas daneben gegangen sei im Vergabeprozess, da gibt es den vierten Teil des Bundesvergabegesetzes für alle öffentliche Bundesauftraggeber, also Bundeseinrichtungen, Bundesbühnen etc., Burgtheater, die haben den vierten Teil des Bundesvergabegesetzes 2018 diesbezüglich zu berücksichtigen. Wenn es dann aber eine Landes- oder Gemeindeeinrichtung ist, die dem Vergaberecht unterliegt, dann hat jedes der neun Bundesländer in Österreich ein eigenes Vergabegesetz. Das zentrale Thema dabei ist, es gibt immer einen eigenen zuständigen Kontrollinstitut, nämlich die jeweiligen Landesverwaltungsgerichte, ansonsten ist es weitgehend ident bei der ganzen Sache. Übrigens sind die Ausführungen in den Vergaberechtsschutzgesetzen ziemlich ident mit dem vierten Teil des Bundesvergabegesetzes. Wir Juristen sprechen in dem Zusammenhang vom Xerox-Föderalismus, das geht auf den alten Kopierer zurück, Copy and Paste, das ist einfach eins zu eins übernommen, aber grundsätzlich hat jeder sein eigenes Gesetz. Was unterliegt dem Vergaberecht? Das sind viele Dinge, die Sie wahrscheinlich tagtäglich mitunter beschaffen dürfen müssen. Es gibt die Lieferaufträge, ob das jetzt Hardwarebeschaffung ist, Softwarebeschaffung, BKW-Leasing etc., was alles es da gibt. Im BKW-Bereich, weil wir ja nachhaltige Beschaffung haben, gibt es seit letztem Jahr eine eigene EU-Richtlinie, nämlich die Clean Vehicle Directive, die ist umgesetzt worden in Österreich im Straßenfahrzeugbeschaffungsgesetz. Dann giert die Theater- und Bühnenbetriebe tendenziell ein bisschen weniger, aber für die kommunalen Einrichtungen ist das ein Riesenthema. Warum ist das so ein Riesenthema? Weil ich bestimmte Quoten an E-Fahrzeuge bzw. Wasserstofffahrzeuge über Beobachtungszeiträume erfüllen muss. Wenn ich die dann nicht erfülle beim Beschaffen, kriege ich Strafen. Also das ist jetzt weniger das zentrale Thema bei Ihnen, aber kann auch sein, dass das eine Rolle spielt. Wie kann man das umgehen, indem sich mehrere Auftraggeber gemeinsam auf ein Backel hauen, wie man es gut auf österreichisch sagt, und gemeinsam dann die Quote erfüllen. Da gibt es manche, die tun sich leichter, solche Quoten zu erfüllen, andere haben schwerer. Aber das ist etwas, was man vielleicht berücksichtigen sollte, wenn Sie das eine oder andere Mal Fahrzeuge beschaffen sollten. Das Nächste, was unterliegt, ist ein Bauauftrag. Bauauftrag klassischerweise jegliche Bautätigkeit vom Abruf bis zur Errichtung, ein Totalunternehmerbau, ein Generalunternehmerbau, alles das klassischerweise, was wir Bau haben, kann man relativ leicht zuordnen. Und dann haben wir als letzte Kategorie bei den Auftragsarten die Dienstleistungsaufträge. Und das ist so geregelt, weil das als Letztes ins Vergaberecht, ins Europäische reingekommen ist. Bis 1997 waren Dienstleistungsaufträge überhaupt kein Thema von Vergabe und Vergaberecht. Das ist erst dann dazugekommen. Ist alles das, was kein Bau und keine Lieferung ist, nach dem Vergaberecht aus Sicht eines Vergabejuristen einfach eine Dienstleistung. Einfach das ist der Auffangtatbestand, da geben wir alles rein in die Schachtel, wenn wir nicht mehr weiter wissen, wenn wir es nicht zuordnen können. Und wichtig ist für die Beschaffung, man unterscheidet einerseits zwischen regulären, stinknormalen Dienstleistungen und besonderen. Und besonderen wären beispielsweise in Ihrem Bereich immer dann, wenn man quasi künstlerische Themen hätte. Das unterliegt nicht dem normalen Vergaberecht, sondern da bin ich ungleich freier. Da kann ich mehr oder weniger mir selber einen Vergabeprozess schnitzen. Und reguläre wären ganz normale, schnöde Lieferaufträge, Materialien, die beschafft werden, Bauaufträge, Planungsaufträge. Das ist eine ganz normale, reguläre Leistung. Aber künstlerische Leistungen sind besondere, mit anderen Werten. Man ist viel, viel freier. Nebenbei die Anfechtungsgefahr, das darf man als Jurist natürlich nicht laut sagen, ist im künstlerischen Bereich enden wollend. Also braucht man die Vergabekontrolle jetzt nicht wirklich so zu fürchten, aber das sagen wir offiziell natürlich nicht dazu. Die nächste Ebene, wo wir unterscheiden, ist geistige Dienstleistungen. Alles, was darum geht, dass ich Hirnschmalz einsetze. Ich setze geistige Kapazität ein. Ich kann die Leistung dann vorab nicht exakt beschreiben, sondern kann nur beschreiben, was soll am Ende rauskommen. Funktionsbeschreibung, Beschreibung eines Raum- und Funktionsprogramms, beispielsweise Beplanungsleistungen. Das sind so klassische geistige Dienstleistungen. Und immer dann, wenn ich eine Leistung vorab nicht exakt beschreiben kann, dann ist eigentlich die Konsequenz, dass ich in weiterer Folge ein Vergabeverfahren wählen muss, wo ich verhandeln kann, damit ich vergleichbare Angebote schaffe im Zuge der Verhandlungen. Das andere, das Pendant, sind die beschreibbaren Dienstleistungen. Da kann ich ganz exakt in Form eines Leistungsverzeichnisses vorab beschreiben, wie viel ich an einzelnen Mengen, Einheiten etc. brauche. Ein Klassiker, Reinigungsdienstleister. Früher, wie man auch ausgedrückt hat, ich bin ja schon älter, da hat man solche Rasenziegel von Reinigungs-LVs gehabt, wo genau exakt welche Farbe des Vetex haben darf, wenn der Tisch des Vorstandes gereinigt wird und wenn die Sanitäreinrichtungen entsprechend bearbeitet werden, damit das nicht vermischt wird. Das hat natürlich Hygienegründe. Also das ist klassischerweise vorab beschreibbar. Mittlerweile ist das natürlich alles elektronisch. Wenn wir weiterschauen, wenn es mich weiterlässt. Das wäre mehr oder weniger die Folien. Ich bin vorher auch gefragt worden, kann man dann natürlich auch haben. Es ist so, von Europa werden bestimmte Beträge vorgegeben. Die nennt man Schwellenwerte, Thresholds im Englischen. Ab wann ich bestimmte Vergabeverfahren wählen kann und nicht. Und das ist ganz exakt geregelt für Bauaufträge und auf der nächsten Folie genauso für Liefer- und Dienstleistungsaufträge. Die meisten von Ihnen kennen das. Das ist primär gedacht, wenn man es öfters ausschreibt, dass man das heranziehen kann. Das sind die derzeit aktuellen Werte. Und man sieht Folgendes. Beim Bauauftrag spielt sich das ganze EU-weit erst bei 5,382 Millionen ab. Beim Liefer- und Dienstleistungsauftrag muss ich bereits ab 215.000 EU-weit ausschreiben. Das ist ein Riesenunterschied. Und das spielt eine große Rolle, vor allem wenn ich so Mischbereiche habe. So lieferintensive Bauleistungen. Und jeder öffentliche Auftraggeber versucht grundsätzlich, gerade im Baubereich alles möglichst als Bauleistung darstellen zu können, damit ein vereinfachte Vergabeverfahren wählen kann. Es gibt so eine Milchmädchen-Annäherung von uns Vergabemenschen. Wenn ich diesen Raum umdrehe, alles das, was runterfallen würde, ist ein Lieferauftrag beweglich. Alles das, was fix verbunden ist, kann ich als Bauauftrag taxieren mit möglicherweise vereinfachten Verfahren. Was mache ich dann, wenn ich im Bau etwas ausschreibe oder in der Ausstattung, gerade in Ihrem Bereich, ich werde schauen, dass ich ein Gesamtpaket bilde, wo ich beispielsweise neben dem Mobiliar, das mobil ist, beweglich ist und eigentlich ein Lieferauftrag wäre, vielleicht auch Tee-Küchen-Verbau fix verbunden, irgendwelche Konsolen, die fix verbunden sind, dann ist es tut die komplette in der Gesamtzusammenschau mit guten Gründen, wie wir Juristen sagen, darstellbar als Bauauftrag. Also nur, dass Sie das wissen, man versucht dort reinzukommen. Das liegt eben an diesen komischen Werten. Ich muss immer vorweg, bevor ich ein Vergabeverfahren starte, schätzen, wie hoch ist mein Auftragswert, Splitting-Verbot, das wird zu weit führen, da würden Sie heute Abend auch noch sitzen, wenn wir uns darüber unterhalten. Also Splitting-Verbot, alles das, was zusammenzurechnen ist und dann schaue ich mir an, in welchem Wert falle ich dann runter. Bin ich unter 100.000 Euro, Strike, Direktvergabe möglich als Ausschreibender, bin ich über 215.000 Euro, muss ich zum Beispiel ein EU-weites Vergabeverfahren durchführen. So, und jetzt habe ich das schöne Thema vorgegeben bekommen, nachhaltige Beschaffung. Man kann Folgendes sagen, wir haben in Österreich seit zwei oder drei Jahren, ich verfolge die Politik gar nicht mehr, eine schwarz-grüne Regierung und die haben nach gemeinsamen Schnittmengen gesucht. Was haben wir an Gemeinsamkeiten, was ihnen nicht so einfach gefallen ist? Und da sind sie dann auf die Idee gekommen, es gibt sowas wie Beschaffung und es gibt die Ökologisierung der Beschaffung. Und in unserem Regierungsprogramm ist relativ ein fetter Raum, eingeräumt der ökologischen Beschaffung. Das Problem ist nur das, es gibt auch relativ viele Gesetzestexte, die jetzt ins Bundesvergabegesetz kommen, die haben seither, seit es den Regierungsantritt gehabt haben, so viel zu tun, dass sie nie dazukommen, genau das umzusetzen und endlich einmal das BfH 2018 in der Novelle zu beschließen. Darum haben wir es relativ rudimentär. Steht aber in § 20 Bundesvergabegesetz, da stehen die allgemeinen Vergabegrundsätze, das sind so der Wunsch ans Christkindl, was man gern hätte bei der Beschaffung, steht unter anderem auch drinnen, dass man Aspekte der Ökologisierung bei der Beschaffung berücksichtigen kann und auch soll. Und dann steht auch drinnen, wo kann ich das machen und das gehen wir dann gemeinsam ein bisschen durch. Eigungskriterien, das ist die Mindesthürde, was ein Unternehmen erfüllen muss, dass ich beteiligen möchte. Auswahlkriterien in zweistufigen Verfahren, besser geeignet, schlechter geeignet, wo ich schaue, dass ich in die nächste Runde reinflutsche durch entsprechend viele Punkte. Zuschlagskriterien, da werden die Angebote bewertet und dann am einfachsten und wahrscheinlich am besten und am durchsetzungsfähigsten sind technische Spezifikationen und Leistungsbeschreibungen. Ich schreibe genau beim Produkt etwas vor, das entsprechend umweltgerecht ist und genau das muss angeboten werden oder gleichwertig und da muss die Gleichwertigkeit vom betreffenden Bieter in weiterer Folge auch dann bewiesen werden. Und dann gibt es noch etwas für uns Juristen, Vertragsbestimmungen, das ist aber weniger sexy, da ist nicht so viel Platz. Für alle dem Vergaberecht unterliegenden österreichischen Auftraggeber gibt es folgendes Tool, Nabe Aktionsplan. Die meisten von Ihnen werden das schon mal gehört haben. Nabe steht für nachhaltige Beschaffung und es ist so, durch Verordnung ist es vorgegeben, dass alle Bundesauftraggeber diesen Nabe Katalog zu berücksichtigen haben bei ihrer Beschaffung. Alle Landeseinrichtungen, alle Gemeindeeinrichtungen können, da wird es nur empfohlen, außer das betreffende Land hätte sich freiwillig dazu verpflichtet. Jetzt kann man natürlich geschreckt sein und sagen, ich habe mir den Nabe Schaas noch nie angeschaut, mehr oder weniger. Halb so wild, das ist so ein Katalog. Da sind ein paar interessante Dinge drinnen, Vorschläge für Kriterien und so weiter, aber es ist jetzt nicht so verbindlich. Ich kann wahrscheinlich immer sagen, in irgendeiner Art und Weise habe ich das in der Vordiskussion berücksichtigt. Also man kann schon relativ gut sich raus argumentieren, wenn man es braucht. Was mir wichtig ist, in diesem Nabe Katalog sind für verschiedene Bereiche, verschiedene Lieferleistungen, Dienstleistungen, Bauleistungen, Vorschläge für Zusatzkriterien beispielsweise drinnen, bitte nicht eins zu eins übernehmen. Also ich war früher Vergaberechter, wenn so etwas genau wie es dort steht, nur Nachhaltigkeit, das Headline, das ist nicht entsprechend spezifiziert. Ich muss dann schon noch was dazuschreiben, was verstehe ich konkret darunter, weil wenn ich das nicht tue und die Ausschreibung wird angefochten, dann sippe sappe wird es für nichtig erklärt. Also ganz wichtig, es sind Vorschläge, die entbinden einen aber nicht im Nabe Aktionsplan vom Selbstständigen denken und dass ich das dann auch näher spezifiziere und entsprechend näher dann ausformuliere. Es sind nur Beispiele, Headlines aus meiner Sicht für Kriterien. Jetzt kommen wir zu den einzelnen Aspekten, wir haben gehört, Paragraf 20, wo kann ich überall Ökologisierung, Nachhaltigkeit berücksichtigen? Wir sind beim Ersten, das sind die Eignungskriterien. Eignungskriterien, das gibt eine Mindesthürde vor, sie sind unternehmensbezogen. Jeder, der sich am Vergabeverfahren beteiligt, muss diese Hürde erfüllen. Springt der Mann nicht drüber, ist er weg, wird er ausgeschieden, wird er ausgeschlossen, wo immer ich bin bei der ganzen Geschichte, schwarz oder weiß, da gibt es keine Grautöne. Was sind da die Punkte? Ausschlussgründe, keine Insolvenz, keine einstiegige Verurteilung von den Organen und, und, und. Das ist einmal die Ausschlussgründe. Und dann haben wir die weiteren Punkte. Befugnis, das Rechtliche dürfen, welche Gewerbeberechtigung, welche sonstige berufsrechtliche Genehmigung muss ich verfügen, damit ich mich beteiligen kann. Gibt es ganz klar, schwarz oder weiß, entweder du hast das oder du hast das nicht. Wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, Mindestzahlen, Unternehmenszahlen, Vorgaben im Hinblick auf das Rating bei KSV, Kreditschutzverband, Kreditreform, was immer es da gibt. Und dort, wo eigentlich die Nachhaltigkeit reinkommt, das ist die technische Leistungsfähigkeit. Da geht es um die Kapazitäten des Bieters, des Bewerbers, des Unternehmens. Hat er die entsprechende Personalausstattung? Hat er die entsprechende maschinelle Ausrüstung, wenn das notwendig ist? Hat er die entsprechenden Referenzen? Klassiker sind da für Nachweise Unternehmensreferenzen. Und wenn ich Schlüsselpersonen entsprechend abfrage, auch die Personalreferenzen von den Schlüsselpersonen. Und was könnte ich da jetzt bei der technischen Leistungsfähigkeit an ökologischen Aspekten berücksichtigen? Da steht im Bundesvergabegesetz drinnen, dass ich bestimmte Umweltmanagementsysteme einfordern kann. Dann steht drinnen, dass ich bestimmte Umweltzeichen als solches einfordern kann. Und dann kann ich natürlich auch in meinen Referenzen bestimmte Nachhaltigkeitsaspekte vorgeben. Ganz wichtig ist mir aber, ich kann noch so gescheite Überlegungen haben, das Sachlichkeitsgebot. Das heißt, ich kann nur das verlangen, was im weitesten Sinne mit meinem Auftragsgegenstand irgendwie in einer Beziehung steht. Das ist ganz, ganz wichtig. Da ist die Rechtsprechung streng. Also man sollte sich überlegen, wenn ich das verlange, super, klasse, was hat das für eine Auswirkung auf meine konkrete Leistungserbringung, damit es in einer gewissen Korrelation steht. Das war früher die Rechtsprechung strenger. Jetzt ist es nicht mehr so streng, aber es sollte einen gewissen Bezug zueinander haben. Und wenn wir da jetzt Umweltzertifikate haben und wir haben jetzt zum Beispiel EU-weite Ausschreibungen oder auch in nur regional bekannt machen Ausschreibungen können sich ja genauso andere EU-Mitgliedstaatsangehörige beteiligen. Ich muss dann immer darauf achten, dass ich nicht diskriminiere. Wenn ich, der Vorredner hat unter anderem sehr interessant gesprochen über das Umweltzeichen, wenn ich das Umweltzeichen verlange als Mindesthürde, dann ist das ein Österreich-Spezifikum. Dann haben das tendenziell aus anderen EU-Mitgliedsländern die Mitglieder nicht. Und die können das in der Kürze der Zeit während der Angebotsfrist auch nicht erlangen. Was muss ich da machen? Oder gleichwertig. Und da muss ich bestimmen, woran ich die Gleichwertigkeit bemesse, weil sonst ist es zu gefährlich, dass ich jemanden unsachlich diskriminiere und ausschließe. Das muss man immer berücksichtigen, dass man das natürlich auch in einer sprechenden Beziehung sitzt. Nächste Kategorie von Kriterien, wo wir gehört haben in § 20, wo auch die Nachhaltigkeit, ein Thema sein könnte. Das sind die Auswahlkriterien. Auswahlkriterien sind Kriterien, die habe ich in zweistufigen Verfahren. Verhandlungsverfahren mit Bekanntmachung, wo ich in der ersten Stufe, neben den bei den Bietern, die die Mindesthürde Eignung erfüllen, dann bewerte anhand der Auswahlkriterien und ein Mehr an Eignung abfrage und die dann mitnehme, wer die meisten Punkte hat, dann in die zweite Stufe. Auswahlkriterien sind zusätzliche Unternehmensreferenzen, Personalreferenzen, bestimmte Aspekte der Personalausstattung, Qualifikationen, Zusatzausbildungen, das kann ich alles da verlangen. Ich kann mir aber auch Arbeitsproben aus der Vergangenheit anschauen. Also Auswahlkriterien genauso wie die Eignungskriterien beziehen sich auf das Unternehmen des Teilnehmers und wichtig auch, sie sind immer Blick in die Vergangenheit zurück. Da geht es noch nicht um die konkrete Leistungserbringung, sondern ich schaue mal zurück, was kann die Einrichtung, was kann die Bude überhaupt. Klassische Auswahlkriterien, ich kann Zusatzpunkte hergeben für bestimmte Zertifikate. Wenn bestimmte Inhalte sind bei Referenzen, bei zusätzlichen Referenzen, kann ich mehr Punkte vergeben und während bei der Eignungskriterien, wo es ja um eine Mindesthürde geht, schwarz oder weiß, entweder du hast es oder hast es nicht, die Rechtsprechung sehr streng ist mit der Sachlichkeit. Das muss jedenfalls gerechtfertigt sein und nicht diskriminieren. Kann ich mir bei den Auswahlkriterien ein bisschen was trauen, weil da geht es ja unter Anführungszeichen nur um Zusatzpunkte und dann kriegt halt der nicht die Zusatzpunkte, aber er wird nicht ganz ausgeschlossen. Also da bin ich ein bisschen freier, da kann ich mich ein bisschen mehr trauen und kann möglicherweise auch vorgeben, wenn du das Zertifikat hast, kriegst du 50 Punkte dazu und das hilft dir dann, dass du dich entsprechend für die zweite Stufe qualifiziert. Da ist mehr drinnen. Nächste Kategorie an Kriterien, auch im 20 Absatz 5 Bundesvergabegesetz erwähnt, Zusatzkriterien. Kennen wahrscheinlich alle unter uns, das sind jetzt die Kriterien, die nicht mehr in die Vergangenheit linsen, sondern in die Zukunft blicken. Da geht es um die Bewertung, Beurteilung des konkreten Angebotes. Also da geht es um die Beurteilung der zu erbringenden Leistung. Werden alle vielleicht das schon einmal gehört haben, es gibt das Billigsbieter-Prinzip, wenn ich als einziges Kriterium den Preis habe und es gibt das Bestbieter-Prinzip, da habe ich neben dem Preis in irgendeiner Art und Weise dann auch in weiterer Folge eine Beurteilung von weiteren Aspekten. Klassiker Qualität, Klassiker vielleicht Nachhaltigkeit, aber bitte aufpassen, die bloße Headline, Qualität, Schmecks, was ist das, reicht nicht aus. Ich muss dann dazuschreiben, zum Beispiel 60% Preis, Gesundheit, 40% Qualität und dann schaue ich mir in weiterer Folge genau an, was verstehe ich unter Qualität, weil jeder Bieter nicht ins H-Klein muss zu Beginn der Angebotsfrist ein Feeling haben, verstehen können, worauf kommt es denn Auftraggeber darauf an. Also ich darf da nicht irgendwie so lustig, wie es ist, ich mache das auch gern, Nebelbomben werfen, sondern ich muss es schon exakt entsprechend formulieren, damit der Bieter das in weiterer Folge auch entsprechend nachvollziehen kann. Dann gibt es auch die Möglichkeit von Lebenszuglüsrechnungen, gibt es im Siedlungswasserbau, das ist jetzt heute nicht unser Thema. Ich habe aber auch schon erlebt, dass der besonders gescheite, also ich als Jurist rechne natürlich nicht, was gut ist für die Menschheit, weil sonst gibt es Probleme, aber da gibt es dann ganz gescheite Leute, die dann irgendwelche Formeln aufstellen und dann bist du im Vergabeverfahren und du kommst dann darauf, dass die Formel ein S-Punkt-Punkt ist, dann kannst du das Vergabeverfahren wieder rufen, weil es super gescheit und zu nerdig als solches war, dass keiner sich mehr dann in weiterer Folge auskennt. Es gibt Bereiche, da muss ich als Auftraggeber das Best-Bieter-Prinzip wählen, geistige Dienstleistungen, Planungen, Unternehmensberatung, sogar das, was wir Juristen machen. Manche unterstellen uns, dass wir nicht so geistig sind, aber es ist eine geistige Dienstleistung nach dem Vergaberecht. Also alle diese Dinge als solches müssen im Best-Bieter-Prinzip als solches beschrieben werden. Wenn ich die Leistungsbeschreibung nicht exakt beschreibe, sondern nur funktional, ich gebe vor, was ist das Ziel, was ist die Aufgabe, was soll erreicht werden, dann wäre das auch ein Thema, wo ich das Best-Bieter-Prinzip mache und bei Bauaufträgen über einer Million Euro müsste ich grundsätzlich auch das Best-Bieter-Prinzip machen. Das ist mir wichtig, wenn ich im Rahmen der Zuschlagskriterien Nachhaltigkeit-Aspekte, Umweltaspekte, Green, Blue, was immer Bereiche als solches berücksichtige, da muss ich eigentlich immer zwingend das Best-Bieter-Prinzip machen, weil nur so kann ich das reinbringen. Mit dem schnöden Preis, nur mit dem Billig-Bieter-Prinzip wird es tendenziell eher schwierig werden, Zuschlagskriterien zu finden, die das auch entsprechend zu berücksichtigen. Zuschlagskriterien, seit 1994 haben wir in Österreich das Vergaberecht, seit unserem EWR-Beitritt, seit 1995 sind wir bei der EU und seither haben wir auch wirklich das Vergaberecht. Zuschlagskriterien sind extrem ein häufiges Thema vor der Vergabekontrolle, da gibt es ganz, ganz extrem viel Rechtsprechung dazu und wenn man jetzt auf der Auftraggeberseite ist und man überlegt sich, wie formuliere ich Zuschlagskriterien. Also mir passiert oft am Abend, man macht eine Ausschreibung, dann formuliert man Zuschlagskriterien, denkt sich, das sind die geilsten ever, dann schläft man auch drüber und am nächsten Tag denkt man, eigentlich kenne ich mich nicht mehr aus, was ich gemeint habe. Also immer einen Check machen, immer ein bisschen System runterfahren, erholen lassen, wieder rauffahren und anschauen, an Kollegen, an Kollegin anschauen lassen, weil das ist schon sehr, sehr entscheidend. Es muss immer das Sachlichkeitsgebot berücksichtigt werden, also das, was ich als Kriterium vorgebe, muss einigermaßen sich wiederfinden mit dem Leistungsgegenstand, es muss irgendwie einen Konnex geben, es darf nicht völlig entkoppelt sein, also keine esoterischen Kriterien, das wäre einmal so das Thema. Zuschlagskriterien haben immer eine Beurteilungsbandbreite, nach der Rechtsprechung, wenn es nur schwarz oder weiß wäre, so wie die Eignungskriterien, wäre es streng genommen, nicht etwas, was wirklich entsprechend täte, wie es das Vergaberecht vorsieht. Ich müsste eine Stufe haben. Wenn du so und so viele Dinge erfüllst, kriegst du 10 Punkte, wenn du ein bisschen mehr hast, kriegst du 15 Punkte und wenn du noch viel mehr hast und der beste und geilste ever bist, kriegst du dann 20 Punkte, also irgendwie so eine Stufenbeurteilung sollte drinnen sein. Zuschlagskriterien müssen überprüfbar sein, das ist mittlerweile völlig anerkannt, im Jahre Schnee hat es eine EuGH, EuGH ist der Europäische Gerichtshofentscheidung, zu einem österreichischen Sachverhalt gegeben, da kommt das geflügelte Wort, Strom hat kein Mascherl. Ich weiß noch, da war ein junger Richter seinerzeit im alten Bundesvergabeamt, da sind wir alle nach Luxemburg gepilgert. Erstens kann man gut essen dort, gut trinken und dann sitzt man am nächsten Tag und hört sich dann an, da sitzt dann so eine Bank von etwas älteren, damals Primärherrschaften, mittlerweile auch Frauschaften, die haben sogar wirklich Berücken, so wie man es einen Film kennt, sehr geil, also dafür studiert man just, dass man irgendwann mal so eine Brücke tragen kann, aber passiert halt leider nicht. Also jedenfalls, die sitzen dann dort und es ist darum gegangen, dass in Kärnten oder vom Bund ist ausgeschrieben worden mit einem Kriterium, unter anderem, du kriegst Zusatzpunkte im Rahmen der Zusatzkriterien, je hoch der Anteil an grünen Strom an deiner Lieferung ist. Und da war das Thema, da haben die stundenlang hin und her gestritten, die Republik Österreich hat sich ganz mit tollen Worten geäußert und andere Länder äußern sich auch. Und irgendwann, ich habe mir gedacht, die schlafen alle dort mit den Berücken, wenn man Berücke hat, darf man auch schlafen, aus meiner Sicht. Aber plötzlich schießt einer dieser älteren Herren auf und hat dann gefragt, wie bemessen Sie denn das, den grünen Strom? Und dann war auf einmal der Auftraggeber, die Republik Österreich in der Verteidigung, Schmähstaat auf gut Deutsch, weil man sagen konnte, man kann es nicht bemessen. Man kann nur der Zusicherung des betreffenden Bieters entsprechend vertrauen. Und das ist genau das Problem. Ein solches Kriterium, wo ich es als Auftraggeber nicht nachprüfen kann, ob ich angeflunkert werde, ist eigentlich kein zulässiges Kriterium. Also man sollte immer hinterfragen, ich verlange etwas als Auftraggeber, aber wie prüfe ich das dann noch? Weil ich kann ja nicht jedem Blödsinn dann entsprechend glauben. Und Zusatzkriterien müssen so sein, dass sie auf grundsätzlich alle Angebote in gleicher Weise anwendbar ist. Also wenn das so ist, dass von vornherein da einen Startvorteil gibt und jemand fängt 100 Meter vorher zum Laufen an, wäre das auch gegen das Gleichbehandlungsgebot, § 20 Absatz 1 Bundesvergabegesetz, verstoßen und wäre ein großes Problem. Und immer dann, wenn ich, und das mache ich auch relativ oft, Zusicherungen im Rahmen der Zuschlagskriterien verlange, Verlängerung der Gewährleistungsfrist, Reaktionszeiten etc., dann muss ich das auch vertraglich absichern. Das ist der Klassiker, es wird vom Rechnungshof, von der Gebahrungskontrolle verlangt, dass ich dann auch im Vertrag vorsehe, wenn jemand die Reaktionszeit verletzt, dann gibt es die Vertragsstrafe XYZ. Wenn er es mehrfach verletzt, dann kann es sogar einen Rücktrittsgrund geben, inwiefern ich als Auftraggeber Interesse habe, zurückzutreten während eines laufenden Vergabeauftrages, steht auf einem anderen Blatt Papier, aber ich könnte es verlangen als solches, weil wenn ich quasi einen Vertrag vorzeitig beende, dann kann ich nicht einfach, das ist ein Märchen, das herumgeistert, dann den zweiten nehmen, nein, der ganze Vergabeprozess startet neu, ich muss völlig neu ausschreiben, nachdem ich als solches beauftragt habe. Ökologische Zusatzkriterien, Umweltzertifikate wäre ein Beispiel, dann kurze Transportwege haben wir schon gehört, da ganz wichtig, da gibt es relativ viele Geschichten dahingehend, wie ich das genau exakt vorab gleich behandle und als solches festlege. Ich muss mir überlegen, gibt es die Distanz nach Google, Michelin, ÖAMTC, was immer es da gibt, ich soll von vornherein genau vorgeben, wie ich das exakt berechne, dass es für jeden gleich ist. Transport mit Schienenverkehr etc. spielt eine Rolle, dann geringer CO2-Ausstoß, das ist halt, wenn zum Beispiel E-Trucks zur Anwendung kommen, bestimmte Klassifizierungen von Fahrzeugen, alles so Zusicherung, das wären alles so Themen. Bei der Dienstleistung tun wir uns schwerer, zum Beispiel bei der Planung, man kann nicht sagen, wenn du einstiegiges geschultes Personal hast, kann das sein, dass du Zusatzpunkte bekommst, auch mit Sensibilität im Hinblick auf den Umweltbereich und bei Bauaufträgen, wenn Zusicherungen sind für den Einsatz bestimmter Baustoffe und ganz, ganz wichtig, wer von Ihnen das, also Sie bauen ja meistens und wenn, dann tun Sie nicht abbrechen, aber bei Abbruchleistungen spielt eine riesengroße Rolle immer ein möglichst ökologisches Konzept im Hinblick auf den Abtransport von Abbruchmaterial, Wiederverwendung, Recyclingbeton etc., da sind wir auch von den Gewichtungen grundsätzlich so, zum Beispiel die Wiener und Ihnen kennen die Dussiker Stadion, wie das abgebrochen worden ist, da wird ganz exakt beschrieben, rein wie das dann bewertet wird von der Systematik, wie du dann verfährst mit dem Abtransport und da kann ich natürlich auch mit Transportwegen, mit möglichst ökologischem Abtransport einiges machen. Nächste Kategorie, jetzt sind wir weg von den Kriterien, die wir im 2005 vor ein paar Minuten gehabt haben, steht Leistungsbeschreibung und in Leistungsbeschreibung, muss ich ganz ehrlich sagen, tue ich mir eigentlich am leichtesten, um ökologische Aspekte zu berücksichtigen. Ich schreibe exakt rein, was für Produkt ich will und genau das muss ich mir liefern. Ich habe wiederum die Sachlichkeitsdebatte, ich darf nicht dann irgendwie künstlich etwas ausschließen und nebenbei alle unter uns, die ausschreiben, die von der vergebenden Zunft sind, je komplizierter ich zurzeit Ausschreibungen mache, desto größer ist die Gefahr, dass ich keine Angebote bekomme und ich kann nur das gescheiteste und geilste Papier haben ever, wenn da nur einer abgibt, zwei abgibt, dann habe ich mir original in die Knie geschossen. Es ist momentan gerade im Baubereich so, je komplexer etwas formuliert ist, man könnte ketzerisch sagen, je mehr Juristen da vorher mitgeschaftelt haben, desto schneller wird das Konvolut zur Seite gelegt und dann schaut man sich etwas anderes aus, weil die Baubranche momentan eine gewisse Wahl hat, das muss man ganz offen sagen. Also es ist jetzt nicht so, zwei Drittel eines Ausschreibenden, ich darf relativ viel so Vergaben machen, besteht im Betteln, dass man entsprechende Angebote bekommt. Es ist je nach Branche ein bisschen unterschiedlich, aber momentan ist es tatsächlich so und es muss einem bewusst sein und das sagt jetzt ein Jurist, keep it simple zurzeit bei der Ausschreibung. Irgendwie Hirnwichsereien oder dergleichen machen wir in drei, vier Jahren wieder. Wenn die Konjunktur anders ausschaut, jetzt tun wir ein bisschen das Ganze flach halten. Bei der Leistungsbeschreibung generell gibt es zwei Spielarten für uns Vergabemenschen, nämlich konstruktiv, das ist diese exakte Beschreibung vorab. Ich beschreibe genau und ich kriege nur vergleichbare Angebote, dann kann ich entsprechend auch ein offenes Verfahren wählen und bei der funktionalen Leistungsbeschreibung, das ist das Globale, ich gebe vor, was soll rauskommen, was sind meine Funktionen, die eingehalten werden müssen, was ist das Ziel, eine Aufgaben- und Funktionsbeschreibung und da ist der Weg dorthin nicht exakt beschrieben und demgemäß schaut es dann auch anders aus von der Wahl und von der Vergleichbarkeit der Angebote. Kurz die Unterschiede zusammengeführt, mir ist Folgendes wichtig, bei einer konstruktiven Beschreibung, wo ich vorher exakt beschreibe, wäre ein Klassiker für ein offenes Verfahren, immer dann, wenn ich funktional beschreibe, weil ja der Weg noch nicht klar vorgezeichnet ist, sind wir mittendrin statt nur dabei im Verhandlungsverfahren, weil das Geile am Verhandlungsverfahren ist, ich kann gescheiter werden im Laufe des Prozesses. Jetzt kriege ich beim offenen Verfahren Angebote, wenn keines der Angebote entspricht, was bleibt mir dann? Widerruf, Neustart. Beim Verhandlungsverfahren kann ich auffordern, ein paar Adaptionen, ein paar Stellschrauben betätigen und kann dann in weiterer Folge zu einem neuerlichen Angebot auffordern und kann somit auch vieles einfangen. Also nur dort, wo ich exakt die Leistung beschrieben habe, wo ich keine Gefahr sehe, dass sich die einzelnen Bieter vergogeln und dass es nicht vergleichbar ist, nur dort sollte ich ein offenes entsprechend machen. Von der Idee auch noch Folgendes, bei der konstruktiven Leistungsbeschreibung erfolgt die Planung bis zu Ende durch den Auftraggeber. Bei der funktionalen ist es gewissermaßen so, es erfolgt eine Grundvorgabeplanung durch den Auftraggeber, aber für die Angebotslegung, die eigentliche verdichtete Planung gewissermaßen, wird vom Auftragnehmer, vom Bieter dann auch vorgenommen. Das ist so rein von der Einordnung. Was wären denkbare Recyclinganteil, Vorgaben zum Transport und ganz eine exakte Produktbeschreibung. Wir haben natürlich immer ein Thema unter Vergabe Juristen, nämlich folgendes, wenn ich ein bestimmtes Produkt vorgebe, dann ist es der Plan C und ich muss zumindest oder gleichwertig dazuschreiben und dann müsste ich eigentlich, so glauben wir Schreibtischstädter wie Juristen, müsste ich genau sagen, woran ich die Gleichwertigkeit bemesse. Weißen Sie, es schmeckt es. Und das ist in den meisten Ausschreibungen nona eigentlich nicht der Fall. Da machen wir noch ein bisschen was vom Juristischen. Ja, ich könnte natürlich auch im Vertragstext ein gewisses vorsehen. Das Wichtigste ist mir in dem Zusammenhang, dass Sie darauf achten, wenn Sie Zusicherung auch im ökologischen Bereich haben, in Angeboten, dann sollten Sie dann auch Vertragsstrafen vorsehen, wenn man sie für dumm verkauft, dann bei der Leistungserbringung. Papier ist geduldig. Ich muss aber, und das sagt auch der Rechnungshof, die Gebahrungskontrolle, ich muss aber auch eine Zange haben, um dann zwicken zu können, vertraglicher Natur, wenn jemand seine Zusicherungen nicht einhält, weil sonst ist es ja unfair. Jemand flunkert dich an, kriegt die meisten Punkte und dann bei der Leistungserbringung ist es nie mehr ein Thema und der andere hat es ernst genommen als Bieter und demgemäß ist er dann der Gelackmeierde, weil er sich wirklich daran gehalten hat und das sollte nicht das Thema bei der ganzen Geschichte sein. Ganz kurz, und dann möchte ich noch quasi als Absacker drei Verfahren durchgehen, ein bisschen so, dass man es sich anschaut, nur weil wir es auch schon erwähnt haben. Jetzt hat es alles sehr, sehr streng geklungen. Für die Auftraggeberseite unter Ihnen. Eines muss man bedenken, es gibt so etwas Klasses wie die Präklusion, die Bestandskraft. Wenn ich als Auftraggeber, als österreichischer, dem Vergaberecht unterliegender Auftraggeber eine Ausschreibung mache, dann gibt es eine Deadline. Wenn ich mir einen MS-Project-Plan mache, wo ich dann einen fetten Meilenstein, ein fettes, schwarzes Kastel bastel, nämlich der Zeitpunkt, wenn es nicht mehr angefochten werden kann, dann ist es bestandskräftig, dann fährt die Eisenbahn drüber. Also ich kann mich etwas trauen, ich bin ein großer Fan von dem, dass man sich im Vergabeverfahren etwas traut, es soll halbwegs fair sein. Anthrazitfarben nicht, aber so mittelgrau kann schon drinnen sein. Und wie ist das zu berechnen? Gerechnet vom Ende der Angebotsfrist, volle sieben Tage vor Ablauf der Angebotsfrist, muss ein Bieter, ein Interessierter die Ausschreibung anfechten, ansonsten wird sie bestandsfest. Das heißt also, wenn wir, was haben wir heute, am 23. haben, juristische Rechenlegung, der letzte Tag der Frist wird nie dazugerechnet, das ist der 23., dann gehe ich los, 22., 21., 20., 19., 18., 17., 16., volle sieben Tage, spätestens am 15.11. dieses Jahres hätte jemand meine Ausschreibung, wo heute die Angebotsfrist um 12 Uhr geändert ist, anfechten müssen, ansonsten kann er sich brausen gehen. Er kann dann nicht sagen, wenn er dann merkt, er ist es, aber die Ausschreibung war rechtswidrig und tut leid, hätte es die rechtzeitig gerührt. Und dieses Instrument, Präklusion, ermöglicht uns von der Auftraggeberzunft, das eine oder andere auch zu wagen, aber es gibt weitere Ausschreibungen, man soll es nicht übertreiben. Also es ist schon, aber es ist so gut, wenn es nicht gegen die Menschenrechte geht, wenn es nicht völlig, nicht umsetzbar ist, kann man sich einiges trauen bei der ganzen Geschichte. Jetzt möchte ich noch zum Abschluss drei Verfahren machen. Das Erste ist das Regelverfahren für beschreibbare Leistungen. Wurscht, ob das jetzt eine beschreibbare Bauleistung ist, ob es eine beschreibbare Dienstleistung ist oder eben ein klassischer Lieferauftrag. Wie schaut das aus? Ich habe eine Bekanntmachung, Oberschwelle EU-weit, Unterschwelle nur regional. Und gleichzeitig, weil im Oberschwellenbereich mittlerweile alles vollelektronisch über eine Vergabeplattform ihres Vertrauens, wird die Ausschreibungsunterlage bereitgestellt. Und dann gibt es eine Angebotsfrist, das stimmt nicht mehr, das müssen wir streichen, mittlerweile 30 Tage, da habe ich in der Nacht eine falsche Folie erwischt, kann passieren. Es ist kürzer geworden, nicht mehr 52 Tage, noch mehr 30 Tage. Und innerhalb der Angebotsfrist weiß ich als Auftraggeber nicht, wer dann wirklich abgibt. Wer sich dafür interessiert, das darf ich nicht sehen, ich sehe nur die Anzahl im System. Und ich weiß aber nicht, diejenigen, die es downgeloadet haben von der Unterlage, geben die dann wirklich ab oder nicht. Oft hat man so eine Milchmädchenrechnung, circa ein Sechstel von denen, die es downloaden, geben es dann ab, aber das ist auch keine Sicherheitsgeschichte. Und dann habe ich den Zeitpunkt des Ende der Angebotsfrist. Und dann weiß ich, da drucke ich aufs Knopferl, sechs Angebote, dann wird automatisch mittlerweile voll elektronisch ein Öffnungsprotokoll geriert. Im offenen Verfahren muss ich dann das Öffnungsprotokoll allen Bietern, die abgegeben haben, zukommen lassen. Das ist ein Knopferldruck auch in meinem System. Und dann ziehe ich mich, wenn ich nicht eh schon sitze, in mein mehr oder weniger stilles Kämmerlein zurück, prüfe die Angebote, schaue, wer ist auszuscheiden, wer ist nicht auszuscheiden, und auf die nicht auszuscheiden Angebote, wende ich dann meine Zuschlagskriterien an, Billigspiteprinzip geht relativ rasch, gehen wir hin, Bestbitteprinzip habe ich ein Punktesystem und dann weiß ich, wer es ist. Und dann darf ich nicht sofort den Auftrag erteilen, dann kommt so etwas wie die Zuschlagsentscheidung. Das ist die Entscheidung, die zu 90% Gegenstand von Anfechtungen bei der Vergabekontrolle ist. Weil spätestens da erfahre ich es als Bieter, jetzt kriege ich es nicht und dann zipft es mich auf gut Deutsch gewissermaßen an. Und was muss ich da reinschreiben als Auftraggeber? Die positive Zuschlagsentscheidung, hurra, du bist das, aber warte noch, weil erst nach Ablauf der Stillhaltefrist kannst du dann wirklich darauf vertrauen, dass du den Auftrag kriegst. Und die Nachgereiten kriegen, danke für den Engagement, immer etwas Positives, dann kommt das Nächstes, leider bist du es nicht, sondern es ist aufgrund der bestandsfesten Kriterien, es ist der A mit der Vergabesumme, aus den Gründen, da wird die Bewertung offengelegt und dann steht das Ende der Stillhaltefrist. Und die Stillhaltefrist sind immer zehn Tage, das ist ganz wichtig. Diese zehn Tage sind dafür vorgesehen, dass ein nachgereiter Bieter eine allfällige Entscheidung, die gegen ihn geht und er nicht wirklich als richtig erachtet, bei der zuständigen Vergabekontrolle anfechten kann. Und wie berechne ich die Stillhaltefrist? Immer zehn Tage, Tag des fristauslösenden Ereignisses wird nicht dazu gezählt. Wenn ich heute eine Zuschauentscheide rausgebe, ist nicht so ideal, kommen wir gleich dazu, dann rechne ich 24.25, 26, 27, 28, 29, 30. Erster, zweiter, dritter. Der dritte müsste irgendein Wochenendtag sein, wenn ich es richtig im Kopf habe. Fällt der letzte Tag der Frist auf einen Wochenendtag oder Feiertag, dann ändert die Stillhaltefrist erst mit Ablauf des nächstfolgenden Werktages. Und weil Vergabejuristen, die die Anfechtung machen, auch am Wochenende mitunterarbeiten, will ich nicht, dass die mehr Fristen Zeit haben zum noch mehr Blödsinn schreiben gegen meine Zuschauentscheidung. Darum schaue ich immer als Auftraggeber, dass ich an einem Montag, Dienstag oder an einem Freitag meine Zuschauentscheidungen raushaue. Also mein Klassiker ist Freitag in der Früh, vor dem Wochenende schieße ich immer meine Zuschauentscheidungen raus, dann weiß ich, ich habe die Woche was getan und dann fällt das wiederum quasi auf einen entsprechenden Wochentag. Das wäre das offene Verfahren. Striktes Verhandlungsverbot. Also wenn ich da sage, da hat sich offen jemand verrechnet in einer Position, dann kann der nicht den Positionspreis berichtigen. Das wäre die Mutter aller Vergabeböcke, die ich schießen kann. Also ganz, ganz entscheidend, es gibt nur einen Fall, wo sich beim offenen Verfahren zwischen angebotenen Preis und dem Preis, der in der Zuschauentscheidung drinnen steht, in der Vergabesumme etwas ändern kann, das ist die Rechenfehlerregelung, wo eine Rechenfehlerberichtigung möglich ist. Aber wenn sich jemand geirrt hat, das ist kein Rechenfehler. Das ist ein Rechenfehler, das ist ein Fehler im Rechenvorgang. Falsch multipliziert, falsch zusammengezählt, das ist tendenziell eher peinlich, aber bloßer Irrtum, ich habe mich geirrt, eigentlich ist es um ein Komma weniger. Das wäre kein Rechenfehler, da bleibt mir eigentlich schon ein ganz anderes Thema. Nächstes Verfahren, Verhandlungsverfahren. Das ist das Regelverfahren bei nicht beschreibbaren Leistungen, beispielsweise bei geistigen Dienstleistungen, also Planung oder dergleichen. Ich habe eine erste Stufe, das ist ein zweistufiges Verfahren. Ich habe eine Bekanntmachung, dort gibt es aber keine Ausschreibungsunterlagen zum Downloaden, sondern es gibt nur Teilnahmeunterlagen. Und was machen dann die Interessierten? Sie geben kein Angebot ab in der ersten Stufe, sondern einen sogenannten Teilnahmeantrag. Eine Bewerbung geben die ab. Dann habe ich das Ende der Frist und dann mache ich Folgendes. Wir haben vorher kennengelernt, Eignungskriterien, haben schon vorher gekannt, und Auswahlkriterien. Ich sage, in die zweite Stufe nehme ich drei mit. Ich habe sechs Teilnahmeanträge, dann prüfe ich die sechs, ob sie meine Mindesthürde, meine Eignung erfüllen. Sagen wir mal, einfach fiktiv von unseren sechs, einer erfüllt die Eignung nicht, dann tue ich einmal zur Seite. Und wie komme ich jetzt zu meinen drei Teilnehmern in der zweiten Stufe? Indem ich auf meine fünf verbleibenden geeigneten Unternehmen meine Auswahlkriterien anwende. Mehr Punkte für zusätzliche Referenzen, mehr Punkte für gewisse Qualifikation des Schlüsselpersonals und ich habe dann eine Abstufung. Ich habe dann den ersten, der hat von 100 möglichen 90 Punkte, der zweite hat 86, der dritte hat 84 und dann ist hoffentlich aus vergabepsychologischen Gründen ein gewisses Gap. Der vierte hat dann 68 und der nächste halt umso weniger. Das sind die Auswahlkriterien und dann gibt es als Ende dieser ersten Stufe diese Entscheidung. Die drei kriegen von mir ein Schreiben, Hurra, du bist das, du bist super und legen mir dann das beste Angebot in der zweiten Stufe. Aber warte noch, das wird erst zum Download bereitgestellt. Der vierte und der fünfte kriegen ein Schreiben, du bist voll super geeignet. Eigentlich wärst du voll super, aber leider habe ich festgeschrieben, dass nur die drei Besten gereiht werden. Der letzte, der noch zum Zuge kommt hat, was haben wir gesagt, 84 Punkte, du hast 68 Punkte, ist ein bisschen weniger, aber mit großem Interesse wird einer Beteiligung an zukünftigen Verkaufsverfahren entgegengesehen. Das wäre also der Klassiker, das macht man immer am Schluss positiv, negativ, positiv, das ist irgendwie so zum Einhausen. Aber das Unangenehme ist, weil im Verhandlungsverfahren ist Anzahl und Namen der Teilnehmer bis zur Zuschlagsentscheidung in der zweiten Stufe geheim zu halten. Wenn ich der vierte bin, ich weiß nicht, wer sind die drei anderen. Das ist einfach ein Fischen in drüben. Ich darf es auch nicht erfahren, weil sonst würde ja quasi sich der Markt in den Verhandlungen dann abstimmen können. In Österreich wissen es trotzdem meistens aber nicht von uns Auftraggeber. Also wir wissen es von uns Auftraggeber nicht, aber grundsätzlich dürfen die nichts voneinander wissen. Und in der zweiten Stufe bin ich dann relativ frei als Auftraggeber, wie ich das gestalte. Ich habe so einen Regelablauf, der Klassiker, wie es ich meistens mache, Erstangebot legen, dann Verhandlungen mit den Bietern, dann wird die Ausschreibungsunterlage adaptiert, dann gibt es eine sogenannte AU2, Ausschreibungsunterlage Zweiterfassung. Auf Grundlage dessen legen meine Bieter das zweite Angebot und dann werden die Zuschusskriterien angewendet. Dann ermittle ich den ersten Zuschlagsentscheidung, still halt die Frist, zehn Tage, Zuschussverteilung und das Ganze ist gegessen. Das Schöne am Verhandlungsverfahren, warum bin ich ein großer Fan davon, ist, ich kann gescheiter werden. Also wenn beim ersten Angebot sich irgendein Bieter vertan hat und ich komme drauf auf Missverständnis im Zuge der Verhandlungsgespräche, kann ich mit meiner Ausschreibungsunterlage Klarstellungen machen und mit dem Zweitangebot kann ich das ein bisschen berichtigen und kann das glattbürsten, kann die Vergleichbarkeit schaffen und kann entsprechend schauen. Und jetzt machen wir die letzte Folie, weil hinten sehe ich schon, ist schon Unruhe, dass ich ja rechtzeitig fertig werde. Das ist ein Verfahren, das möchte ich nur so machen, das ist ein Austriakum, sowas kann es nur in Österreich geben. Es ist folgendermaßen, die Direktvergabe würde heißen, in Deutschland heißt es freihändige Vergabe, unmittelbare Beauftragung eines Unternehmens. Es ist so, in Österreich bis 100.000 Euro kann man direkt vergeben. Die Europäische Kommission hat regelmäßig Österreich so quasi die Route ins Fenster gestellt vor ein paar Jahren und hat gesagt, bis 100.000 Euro eine Direktvergabe ist absolut intransparent, das könnt ihr nicht so lassen. Dann haben sich einige gescheite Köpfe von der Logistik zusammengesetzt und gesagt, worum geht es der EU überhaupt? Die wollen irgendetwas bekannt machen, wir wollen aber direkt vergeben. Was macht man? Wir machen eine Direktvergabe mit Bekanntmachung. Wir geben was vorher bekannt und dann werden wir trotzdem direkt vergeben. So ist es rein von der Ernährung, gib dem Affen Zucker, dann ist die EU-Kommission beruhigt und wir haben unseren Spaß. Und wie läuft das ab? Ich mache eine Bekanntmachung. Was steht da drinnen? Dass es eine Direktvergabe mit Bekanntmachung ist, das ist das Formular. Wenn ich das richtige Knopfverdruck brauche ich nichts mehr machen, dann wer ich bin als Auftraggeber, meistens weiß ich es. Dann Leistungsgegenstand als solches gebe ich noch vor. Und dann, wo kann ein interessierter Unternehmer Infos sich holen? Da gebe ich irgendwie was hin zum Downloaden, damit es dann in weiterer Folge passt. Und ich mache es gern so, ich lasse ein Erstangebot legen, habe dann relativ schmuftige Kriterien, die sind sehr weich, schnappe mir dann den ersten und behalte mir vor, nur mit dem ersten zu verhandeln. Dann sollten die Verhandlungen mit dem ersten scheitern, nur dann verhandle ich mit dem zweiten. Zu 99,9% der Fälle scheitern die Verhandlungen mit dem ersten nicht, weil das haut dann immer hin. Und jetzt kommt was Tolles für uns Auftraggeber. Ich kann, wenn ich weiß, es ist der A zu dem Preis, unmittelbar den Zuschlag erteilen. Denn es gibt keine Zuschlagsentscheidung, die angefochten werden kann. Es gibt keine Stillhaltefrist, ich erteile dem sofort den Auftrag. Und erst im Nachhinein werden die anderen verständigt. Und die nicht zum Zuge gekommenen können es in Wahrheit nicht anfechten, solange ich die Schwellenwerte eingehalten habe. Sie können zum Salzamt gehen, Sie können es in der Sackl reden und ich höre mir später an, aber Sie können zur Vergabekontrolle nicht wirklich gehen. Das ist ganz, ganz entscheidend. Und der Pferdefuß ist nur, ich darf das nicht immer wie ich Lust und Laune machen. Bei Liefer- und Dienstleistungsaufträgen bis zu einem Auftragswert von Euro 130.000 Euro exklusive UST, also relativ niedrig, nahe bei der Direktvergabe. Bei Bauaufträgen bis 500.000 Euro. Also für Bauaufträge, wenn ich kleinere Bauvorhaben habe und ich möchte verhandeln, ist das ein tolles Verfahren. Ich bin mittlerweile ein Riesenfan davon. Und Entschuldigung fürs Überziehen und danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich glaube, irgendjemand, der Fragenlust hätte, könnte er, aber ich glaube, es sind eh alle schon entspricht. Bitte. Eine Frage noch zu den Schwellenwerte-Vergabenen. Ja. Es ist so, dass alle zwei Jahre ist das Thema, ob diese Schwellenwerteverordnung des früher Bundeskanzleramt mittlerweile Justizministerium verlängert wird. Und unsere derzeitige läuft am 31.12.2022 aus. Es ist laut Aussage der Logistik zu 90 Prozent, ich sage jetzt 90 Prozent als Disclaimer, weil ich es noch nicht gesehen habe, davon auszugehen, dass Ende November, das hätten wir jetzt, Anfang Dezember, eine Verlängerung für die nächsten ein, zwei Jahre erfolgt. Also, sollte die nicht erfolgen, müssten öffentlichen Auftraggeber am 31.12. ganz viele Direktvergaben machen und sich erst dann wegbeamen am Silvesterpfad. Also, vorher direkt vergeben, um die 100.000 Euro zu nutzen und dann erst feiern, aber es wird ziemlich sicher, wurde vom Dr. Frumann, das ist der maßgebliche Logist in Österreich zugesichert, wird es verlängert werden. Immer Kalendertage, immer Kalendertage. Wenn man was Schurkisches vorhat, dann schaut man, dass man so am 15. Dezember die eine oder andere Vergabe startet, weil manche dann weniger willens sind abzugeben. Also, wenn in Ihrem Bereich Ausschreibungen kommen, die so am 15. Dezember starten, können Sie mit ziemlicher Sicherheit davon ausgehen, dass der Auftraggeber schon einen Wunschkandidaten hätte, Konjunktiv 2. Kommt mir nicht vor, aber rein theoretisch ist dann so. Okay, danke. Applaus Bis zum nächsten Mal.